Vielen Dank für's Zuschauen. Tief atmen, tief atmen und locker lassen, ganz locker lassen. So, ihr seht eben, dass er, er hört alles mit, er macht alles mit, er lässt die Hände dort, wo ich sie lasse, fühlt sich wahrscheinlich gut. Geht's ja gut? Ja. Super. Wenn du jetzt die Hände langsam runterlässt, je langsamer du sie runterlässt, desto besser geht es dir. Du fühlst dich immer besser. Unmesslich, du lässt sie langsamer unten und du fühlst dich immer besser. Ich bin gespannt, oder? Er will, dass es ihm groß geht. Und er bleibt einfach so. Also, ich hab auch das Gefühl, ich hab das Gefühl, es geht ein bisschen runter, aber ich will ja langsam, denn ich halte mir, steht doch, oder? Genau, das ist eben, also man hat eine andere Wahrnehmung, als sie wirklich ist, ja. Und er will aber, dass es ihm gut geht. Und dann fragt sich, warum soll ich das tun? Aber eigentlich versuche ich doch gerade, oder? Also das ist toll. Super. Danke. Musik 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh